Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Stronghold. Mal schauen, wo waren wir denn stehen geblieben? Die hatte ich schon, die hatte ich schon. Ich glaube, die hat Königsburg hatte ich zuletzt. Heidelberg. Ich glaube, da war ich noch nicht. Beziehungsweise muss ich hier nochmal Eddingburg eigentlich versuchen. Im Angriff, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil habe ich ja nicht abgeschlossen. Hatte ich auch keine Lust, aber es muss Missionen geben, die einfach nur scheiße schwer sind. Also warum nicht? Ich muss aber auch sagen, die war auch in der Verteidigung echt mies. So, für 8 kriege ich dann noch einen Bogenschützen. Oha, der Totenbogenschütze, sehr schön. Hat man alles schon gelesen. Ich muss nur noch kurz einen Schlachtplan machen. Okay. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn ich diese ganzen Wege hier nicht gehe. Sondern hier vielleicht öffne, das kann ich machen. Dann vielleicht hier hinten lang gehe. Hier, Mauer oder Turm, muss ich schauen. Weil dann habe ich die ganzen Reiter auch nicht. Dann könnte ich rein theoretisch hier durchrennen und mit dem König holen direkt. Versuchen wir es einfach mal. Ei. Uns entgeht niemand. Das werden wir noch sehen, ob euch niemand entgeht. In Ordnung. Ich weiß gar nicht mehr, hier war glaube ich auch Feuer, oder? Hier ist überall Feuer. Ach so, die kommen erst mal raus. Von der Pike auf gelernt. Na, wer spießt am meisten auf? Was wünscht ihr? Nieder mit ihnen. Ei. Uns entgeht niemand. In Ordnung. Von der Pike auf gelernt. Eure Landschaft? Na, wer spießt am meisten auf? Zu Diensten. Nieder mit ihnen. Hinten ist garantiert nicht so viel Pech. Würde mich zumindest stark wundern. Eure Befehle? Rücken aus. Eure Landschaft? Vorwärts, pekiniere. Zu Diensten. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Ei. In Ordnung. Da versteht auch keiner dieses Wahlankriff Phänomen. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Uns entgeht niemand. Von der Pike auf gelernt. Wer spießt am meisten auf? Ei. In Ordnung. Auf dem Weg. Räbelnotschaft? Uns entgeht niemand. Von der Pike auf gelernt. Schultert die Waffen. Okay, das könnte tatsächlich klappen, so wie ich es mir vorstelle. Uns entgeht niemand. In Ordnung. Von der Pike auf gelernt. Man darf nur nicht durch den Todeskessel da. Wer spießt nieder mit ihnen. Schultert die Waffen. Uns entgeht niemand. Was wünscht ihr? Von der Pike auf gelernt. Na, wer spießt am meisten auf? In Ordnung. Komm schon. Aktualisier dich. Aber gern. Eure Lautschaft. Zu Diensten. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Mal sehen, wer denn alles nicht arbeitet. Der wird dann auch noch fest. Ich glaub, da war wirklich auch kein Pech, wenn ich mich recht entzünder. So, ich sollte mal relativ schnell sein. Oh, du bist auch ganz nützlich. Irgendwie, schätze ich mal. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Ei. In Ordnung. Eure Lautschaft. Zu Diensten. Schultert die Waffen. Mal sehen, wie lange es dauert, bis wir durch sind. Wir sind aber gleich durch, glaub ich. Auch da. Und wir töten den König. Weil wir so toll sind. Das ist so, wir haben wahrscheinlich gleich die Hunde freigelassen, die natürlich auf uns gehen, im Gegensatz zu uns, der Hunde freigelassen hat und die Hunde auf uns gegangen sind auch noch. Sieht aber schon gar nicht so schlecht aus. Klar, der König hat es ein paar erwischt schon. Wir haben die Burg eingenommen, Malon. Ne, die stechen wir auch noch ab. Einfach nur mal was können. Sieg! Das war jetzt auch nicht so schwer. So. Heidelberg. Gehen wir erst auf Angriff. Das Heidelberger... Habe ich erst Angriff oder erst Verteidigung gemacht? Ich gehe jetzt auf Angriff. Das Heidelberger Schloss wurde vermutlich im 14. Jahrhundert errichtet und bis zum 1700 in kleinen Schritten ausgebaut. Bemerkenswert ist, dass es weder einen einheitlichen Bauplan noch eine durchgängige Bauweise gab. Nach der Besetzung des Schlosses im 30-jährigen Krieg 1618 bis 1648 wurde es den Verfall überlassen. Später wurde es wieder instand gesetzt und an Bayern übergeben, jedoch im Jahre 1689 von französischen Truppen zerstört. Nach der Wiederherstellungsmaßnahme legte er einen Blitzschlag und das danach folgende Großfelder schloss erneut in Schutt und Asche. Im 19. Jahrhundert wurde es zwar als romantische Ruine erkannt und geschützt, doch nur zum Teil wieder aufgebaut. Was sagen wir denn? 45 Lanzenträger, die wahrscheinlich einen Scheiß bringen. Baumeister und Leitanträger... Ja, wenn man das damit übernimmt, wird das bestimmt klappen. Halt, Leitanträger am Arsch. Ich mach Pecaneer Rush, das ist am besten. Ach, meine Fresse. Okay, komm ich hier hinten rum? Oh, ich weiß schon, wo ich hingehe. Ich werde direkt hier durchgehen, das macht am meisten Sinn für mich. Also hier in dem Bereich und das ist auch Pech, so wie ich es auch seht. Ei, der Marsch wird uns gut tun. Ich muss aber sagen, das sind echt wenig Truppen, die ich habe. In Ordnung. Das sind wirklich verdammt wenig Truppen, die ich hier habe. Zu Diensten. Schultert die Waffen. Aber ich denke, was die hier so alles als Verteidigung haben. Was wünscht ihr? Hier ist garantiert auch Pech. Hier hinten hätte ich wahrscheinlich auch Glück durchgekonnt. Wahrscheinlich wäre das hier sogar der bessere Platz gewesen, wenn das Pech da nicht wäre, wenn ich so drüber nachdenke. Das hier können wir vielleicht ausnutzen. Schade ich, dass es verbunden ist, dann hätte ich hinten noch hochgekonnt. Hoffen wir, dass hier nirgendwo Pech gleich ist. Und die Mannen machen nichts, was mir sehr gut gefällt. Warum machen die Mannen nichts? Rückt ja auch egal, ich will mich nicht beschweren. Denn es wird schwer genug. Auf dem Weg. Aber gern. Vielleicht wären wir auch hier durch, weil wir es können. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Der Pfeilbeschuss ist nicht so schlimm wie das Feuer. Deshalb sollte man lieber den Pfeilbeschuss kurz in Kauf nehmen. Oh, wieder reines Feuer. Was wünscht ihr? In Ordnung. Eure Landschaft. Zu diensten. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Okay, es ist eh noch wichtig, dass die hier erstmal was kaputt machen, damit wir an den Wall kommen. Noch ein kleines Stück. Ach du meine... Das ist ja arschig wie noch was. Ach so, du hast aufgehakt. Ja, das bringt dir aber ein Scheiß. Wie gemein. Zu diensten. Wenn du es so aufknacken kannst, aber das absolut nichts bringt, weil dein Wall dahinter ist. Ey, das ist voll unfair. Das ist echt unfair. Oh, es hört endlich auf zu brennen. Ich kann eh nochmal alles Gute von oben wahrscheinlich gleich. Was wünscht ihr? Ihr lauft da jetzt durch. Okay, wir kommen mal durch. Oder? Ey, was ist denn das für eine Affenpisse, ey? Das ist so gemein. Boah, das finde ich echt... Ich meine, das ist in Verteidigungsmäßig echt super, aber es ist so gemein für einen als Angreifer. Kann mir gar nicht hoch, oder? Boah. Mies! Mies hoch 10, sag ich dann nur. Naja, hier sind zwar ein paar von Amprostschützen. Aber ist das hier etwa auch? Heißt das, ich muss da vielleicht sogar durch? Ich glaube, ich kann tatsächlich nicht umgehen. Da wird wahrscheinlich nochmal angezündet. Vielleicht sollte man auch hier durchgehen. Gehen wir doch da durch. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das klappt ja besser. Was warst du da bitte? Das hier war sowas von klar. Schultert die Affen. Was wünscht ihr? Das machen wir gleich nochmal. Wir versuchen das jetzt gleich aufzuknacken da. Aber der Idiot rennt trotzdem rein. Ja, wo rennt ihr denn hin? Drauf da. Zu diensten. Ich möchte mal festhalten, dass das Pech bei mir nicht so gut gebrannt hat. Ich bin schon drin, stimmt. Aber ist das hier etwa, sag. Zu diensten. Wieso komme ich denn da nicht hoch? Ich komme da nicht hoch. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Ei. In Ordnung. Eure Landschaft. Zu diensten. Oh, ey. Das ist voll gemein. Man muss den Frontalen Weg nehmen. Schultert die Waffen. Die Sitzhäule kann ich da nicht hochlaufen. Was wünscht ihr? Das ist dieser kleine Pinot. Das schafft man nicht. Das schafft man nicht. Okay, ich muss den Haupteingang nehmen. In Ordnung. Von der Pike auf gelernt. Und das Feuerlandschaft? Na, wer spießt am meisten auf? Wir müssen das Feuer verschütten. Ich muss direkt durchgehen. Und ich glaube, das hier ist alles voll mit Feuer. Bin ich ziemlich sicher. Ah, das ist echt eine miese Nummer. Das ist aber gut für mich dann, denn wahrscheinlich haben die eh Sturmleitern zu Hunderten. Und ich darf dann eh schauen, wie ich klarkomme. Nieder mit ihnen. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Uns entgeht niemand. Ei. Von der Pike auf gelernt. Das packt man die, glaube ich, nicht. Eure Landschaft? Na, wer spießt am meisten auf? Zu Diensten. Nieder mit ihnen. Schultert die Waffen. Uns entgeht niemand. Und was wünscht ihr? Von der Pike auf gelernt. Ei. Ich kann echt rechts nicht durch. Also wenn der Gegner keine Sturmleitern hat und euch überrennt. Ich weiß gar nicht, ob die dann hier anlegen können. Aber wahrscheinlich schon. Na, wer spießt am meisten auf? Nieder mit ihnen. Eure Landschaft? Uns entgeht niemand. Zu Diensten. Von der Pike auf gelernt. Schultert die Waffen. Na, wer spießt am meisten auf? Was wünscht ihr? Nieder mit ihnen. Ei. Auf dem Weg. Bringt eh gerade nicht viel. Spendt nur bloß euer Leben. Komm, es brennt schon aus. Zu lang fangen sie wenigstens ein Pfeiler ab. Uns entgeht niemals. Von der Pike auf gelernt haben. Na, wer spießt am meisten auf? Zu Diensten. Ich hoffe echt, dass nicht alles von Pech ist. Was ich aber vermute. Komm, komm, komm. Hey. Aber ihr wollt grad sagen, glaube ich überhaupt hoch? Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Nein. Ihr sollt da... Was soll denn das? Vorwärts, Pekingiere. Gut, das haben sie verschüttet. In Ordnung. Eure Landschaft? Zu Diensten. Würdet ihr bitte da hochgehen? Ey, was soll denn das? Was wünscht ihr? Ich verstehe dieses Kampfsystem nicht. Wieso geht ihr denn da hin, Mensch? Geht mal weiter. Warte mal, wie komme ich da hin? Ich höre, komme ich da... Ach, ich kann da rundherum latschen. Eure Landschaft? Zu Diensten. Ich bin vermutlich eh gleich durch. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Okay, ich steche mal ein paar ab. Für den Spaß. In Ordnung. Nieder mit Ihnen. Okay, das hätte ich euch nicht machen sollen. Die sind jetzt voll Pfeifutter. Oder wer auch immer man das nennen möchte. Stecht mal ein paar Warten ab. Vor. Schöne Nahkampfbinden. Abstechen, abstechen. Zu Diensten. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Vorwärts, Pekiniere. Weg von denen. Auf dem Weg. Schau auf den König. Aber gern. Ah. Die rennen aber auch direkt da lang. Auf dem Weg. In Ordnung. Die rennen da auch noch direkt am Pech lang. Eure Landschaft. Okay, jetzt nicht stehen bleiben. Wir müssen da durch. Schütt ja nicht, du Arsch. Gut, der hat es verpasst. Schneller. Schade, wir haben ein bisschen zu viel verloren. Die Eure war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Zu Diensten. Von der Pike auf gelernt. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Na, wer spießt am meisten auf? Auf dem Weg. In Ordnung. Wieder mit ihnen. Vor allem, weil ich halt auch nichts befehlen kann, dass die ihr richtig da dran gehen. Das ist nicht schön. Eure Landschaft. Was wir noch machen könnten. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Du könntest dafür sorgen, dass sie es verschütten auch noch. In die falsche Richtung am besten. In Ordnung. Eure Landschaft. Zu Diensten. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Von der Pike auf gelernt. Ah doch, das geht tatsächlich. Aber gern. In Ordnung. Na, geht vielleicht auch nicht so. Ich möchte nicht so ein Ding wie mit einem Schwein abziehen, wenn ich ehrlich bin. Na, wer spießt am meisten nieder mit ihnen? Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Na, wer spießt am meisten nieder mit ihnen? Eure Landschaft. Rein da. Los, rein da. Vorwärts, pekiniere. Schultert die Waffen. Ich bin ehrlich, verstehe ich das immer noch nicht. Klar doch. Was wünscht ihr? Alle raus, alle raus. Auf dem Weg. Ich möchte immer noch anmerken, dass ich nie so viele Scheiben mit Feuer erledigt habe. Nein. Gibt es hier noch eine andere Möglichkeit? Ich glaube nämlich fast nicht. Geht du vielleicht? Ah, da ist wahrscheinlich auch wieder dieses Scheiß. In Ordnung. Ey, wieso rennt ihr denn? Ah, ich verstehe das nicht. Das Problem ist halt echt die hier, anstatt die Mauer da anzugreifen, gehen die hier hin. Das ergibt keinen Sinn. Sonst wäre es viel einfacher. In Ordnung. Wahrscheinlich stirbt der Typ gleich und dann kann ich gar nichts mehr machen. Da, die gehen auf diese Mauer. Dafür gibt es keinen Sinn. Schultert die Waffen. Scheiß KI, ehrlich gesagt. Wartet mal. Wartet mal. Was wünscht ihr? Konstruieren Belagerungsgeräte. Da könnte ich durchlaufen, wenn ich hier rengehe. Belagerungsturm bereit, Sire. Könnte ich direkt durchrennen. Ihr durch. Hier runter. Da schießt das Ding zwar mit. Interessant, dass die nur dann wirklich gut tun. Ey, du Arsch. Du kannst einfach stehen. In Ordnung. Es könnte allerdings nicht wehtun von meinem Bekanieren, weil ich weiß, dass sie ihre Mangen meistens sehr, sehr gut treffen. Es ist wirklich so, er schießt eigentlich auf das Ding hier. Und er trifft ihr hinten. Das Ding muss weg. Ah, da kommen sie mit Kavallerie raus. Dafür ist die also. Macht ja auch Sinn. Wie teufelig das ist. Wo rennt denn ihr hin? Schultet die Waffen. Auf dem Weg. Was wünscht ihr? Ei. Nein. Aber gern. Vorwärts, Pekingiere. In Ordnung. Uns entgeht niemals. Von der Pike auf gelernt. Zu Diensten. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Ei. Na, wer spießt am meisten auf? Auf dem Weg. Dann räume ich halt hier alles. Wieder mit ihnen. Kenne ich euch halt alle, wenn es sein muss. Zu Diensten. Uns entgeht niemand. Schultert die Waffen. Wer Pika auf gelernt. Was wünscht ihr? Ei. In Ordnung. Eure Landschaft. Zu Diensten. Na, wer spießt am meisten. Schultet die Waffen nieder mit ihnen. Was wünscht ihr? Ei. In Ordnung. Uns entgeht niemand. Eure Landschaft. Okay. Von der Pike auf gelernt. Zu Diensten. Schultert die Waffen. Na, wer spießt am meisten auf? Was wünscht ihr? Vorwärts, Pika Niere. Ei. In Ordnung. Wieder mit ihnen. Eure Landschaft. Uns entgeht niemand. Zu Diensten. Von der Pike auf gelernt. Schultert die Waffen. Na, wer spießt am meisten auf? Was wünscht ihr? Wieder mit ihnen. Okay, sieht schon mal besser aus. Wahrscheinlich auch, weil ich deutlich weniger Feuer abgekriegt habe. In Ordnung. Okay, rechts reinfallen und dann die Welle leeren. Die Woche ist sehr merkwürdig aufgewaltig. Ich komme hier nicht hier hinter. Toll, wie er rumstellt, dass nichts tut. Uns entgeht niemals zu Diensten. Auf dem Weg. Ja. Da war ich so schön, dass er nur gründlich. Okay, er schüttelt doch. Gegen den Bergfried, warum auch immer. Oh, ich stech den Typen ab. Alleine fehlt ihr auf die Kraft. Stark macht die Genossenschaft. Na ja, die haben immer noch Spaß durch Feuer zu rennen. Ach ja, das ist gefährlich. Berteidigung. Lass mich raten, wir haben 10.000 Truppen. Ah, da kommt man hoch. Was habt ihr vor? Wir machen genau den gleichen Scheiß. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Wie lautet der Plan? Und los! Zu Befehl. Sie haben keine Chance. Für die Ehre. Einen Belagerungsturm vor unseren Mauern steht zu dem. Wer ist, wenn ihr den zerstört? Ey, ich habe mich da gerade gesagt, den zerstören. Die Klingen sind geschärft. In den Sattel. Steigt auf, Brüder. Haben die Bogenschützen? Ne, bin ich so aus. Euer Genaden. So ein. Ich aber auch. Die Pferde sind gesamt unser Tor. Scheiß drauf. Auf die Rösser. Wer ist zwecklos? In den Sattel. Ich will die Sturmleitern haben. Wir haben keine Chance. Mein Herr? Was habt ihr vor? Für die Ehre. Auf sie. Was soll konstruiert werden? Wie lautet der Plan? Steigt auf, Brüder. Was wünscht ihr? Lasst sie schmoren. Zu Befehl. Unser Werkzeug ist für. Das wird ihnen einstieg zu lieben. Das denke ich auch nicht. In den Sattel. Eure Befehle? Pfeile bereit. Die Klingen sind geschärft. Gegenwert ist zwecklos. Sie haben Ehre. Auf sie. Gebt uns eine Aufgabe. Alles Gute kommt von oben. Bin zur Stelle. Boden gespannt. Wie können wir helfen? Wie wär's damit? Feuer, Gnaden. Okay, ender Feuerball. Aber auf. Ihr könnt auf uns zählen. Der Fall hat die Mauern eingeheuert. Wer lasst sie schmoren gegen dir? Allzeit bereit. Womit kann ich denen? Was wünscht ihr? Heiß ich die Welle. Euren Wunsch. Die sollte ich gleich auch vorholen. Was warst du da? Was war das denn gerade? Ne. Wo hat der gerade hingeschüttet? Bitte schön. Mangel bereit, Sire. Ziel im Visier. Bogenschützen bereit. Ziel im Visier. Mein Bogen ist euer. Sire. Die Pferde sind gesattelt. Mein Herr. Sind auf dem Weg. Eure Befehle? In Bewegung. Okay, das hier hinten hält eigentlich relativ gut, wenn ich ehrlich bin. Rücken aus. Was habt ihr vor? Steigt auf, Brüder. Auf die Rösse. Wie lautet der Plan? Und bleibst du mal hier? Ja. Gegenwehr ist zwecklos. Zu Befehl. Steht zu Diensten. Die Klingen sind geschehen. Ein Belagerungsturm vor unseren Mauern. Ja, ist mir aufgefallen. Jetzt greift mir doch endlich mal an. Keine Schuss habt ihr vor. Wie lautet der Plan? Für die Ehre. Wir seh'n ja immer noch ganz. Zu Befehl. Steht zu Diensten. Maffen-Muger schultert. Alles Gute kommt von oben. Die Klingen sind geschehen. Aufgeben wir uns zwecklos. Für die Ehre. Aufgeben wir uns zwecklos. Keine Schuss. Gebt uns ein Rampus. Feuer gefährlich. Die Pferde sind gesattelt. Für die Ehre. In den Sattel. Steigt auf, Brüder. Auf die Rösser. In den Sattel. Wie können wir helfen? Wie wäre es damit? Woher wir gehen? Aus da. Auf damit. Allzeit bereit. Was habt ihr vor? Steigt auf, Brüder. Okay, die Leitanträger müssen als nächstes drauf gehen. Womit kann ich die Leiten versuchen, euer Gnaden? Was soll konstruiert werden? So alt, was wünscht ihr? Lasst sie schmoren. Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. Unser Werkzeug ist bereit. Das wird ihnen einheizt. Das hoffen wir doch mal. Okay, diesmal sieht es besser aus. Hört die Schnauze. Das war schlecht. Vielleicht aber auch nicht. Okay, rennt lieber hoch, damit kann ich leben. Okay, das sind die Pferde. Steht zu Diensten. Was wünscht ihr? So ein Pech aber auch. Mein Bogen ist euer. Näh. Mein Herr? Visiere an? Die Idioten haben die Treppe zerstört. Leider verfehlt aber. Das lief deutlich besser. Los, es ist offen. Die Pferde sind gesattelt. Es ist offen. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Ja, das hat er. Oh, mich hätte ich erzünden können. Egal. Unser Werkzeug ist ein Bestand. Das stinkt vielleicht. Ich wollte eigentlich nur, dass sie vorbeikommen. Was habt ihr vor? Gebt uns eine Aufgabe. Gebt uns eine Aufgabe. Wie ein Schwertkämpfer werden sie schon längst gefallen. Sie haben den feindlichen Angriff überlebt. Sieg! Ganz schöner Unterschied, oder?